Sogar an Selbstmord. Er sucht Hilfe bei einem Psychologen. Wer das Medikament anpreist, der hat wirklich keine Ahnung. Man beeinflusst einen Menschen so stark. Das ist ja nicht wie ein Schmerzmittel oder ein Energydrink. Das Zeug ändert dich von Grund auf, vom ganzen Körper, von deiner Lebenseinstellung her. Meine Eltern waren sich gar nicht im Klaren darüber, was das bedeutet. Zum Schluss habe ich mich gefühlt, wie wenn man an der Klippe steht und nur noch überlegt, springen oder nicht. Und viel hat da nicht mehr gefehlt. Als sich solche Fälle häufen, warnt Lilly 2005 in einem sogenannten Rote-Hand-Brief vor erhöhtem Selbstmordrisiko. Die Firma fordert die Ärzte auf, Patienten und Eltern, Erziehungsberechtigte, sollten auf das Risiko, suizidale Verhaltensweisen und mögliche Anzeichen und Symptome hingewiesen werden. Viele besorgte Eltern suchen im Internet Expertenrat zum Zappel-Philipp-Syndrom. Dabei stoßen sie auf Selbsthilfegruppen wie ADHS Deutschland. Im Zentrum für Sozialpolitik in Bremen untersuchen Wissenschaftler solche Internetseiten. Auch die von ADHS Deutschland. Diese Selbsthilfegruppe informiert über Medikamente wie Stratera. Aber nicht vollständig, sagen die Bremer Wissenschaftler. Weiterhin ist aufgefallen, dass zum Beispiel der Rote-Hand-Brief, also eine Information mit einem Warnhinweis zu Stratera, dass es diesen Hinweis nicht gibt auf der Seite. Den haben wir auf anderen Homepages durchaus gefunden. Den Hinweis eben, dass es eine Warnung gibt zu Stratera. Eine Selbsthilfegruppe, die einen Warnhinweis verschweigt? Wir suchen eine der Beratungsstellen von ADHS Deutschland auf. Wollen wissen, ob wenigstens im persönlichen Gespräch auf die Risiken hingewiesen wird. Wir drehen mit versteckter Kamera. Geben uns als ratsuchende Eltern aus. Unser 17-jähriger Sohn leide an ADHS, dem Zappel-Philipp-Syndrom. Was ist zu tun? Stratera, würde ich sagen, gerade in der Altersgruppe, ist momentan das Mittel erster Wahl. Stratera wird ja gerade unheimlich gepusht. Lilly, die Firma, macht unheimlich viel Reklame. Das Tolle daran ist natürlich, dass die Ärzte es im Prinzip frei verordnen können, dass es nicht an das Betäubungsmittelgesetz gebunden ist. Das heißt, man hat keine Probleme, überhaupt eine Verschreibung zu kriegen. Wir fragen nach den Nebenwirkungen. Och ja, angeblich so ein bis zwei Fälle von möglichen Selbstmorden. Aber das haben ja Hunderttausende genommen. Und außerdem sind sonst wirklich keine gravierenden Nebenwirkungen bekannt. Und zum Schluss noch ein Hinweis. Wenn Sie Informationen brauchen, können Sie auch gerne mal auf die Seite von Lilly gucken. Also da gibt es sehr, sehr viel Informatives. Und auch alle möglichen Ansprechpartner zu ADHS. Die Infos sind ganz toll aufbereitet. Lilly versorgt uns ja auch mit Informationsmaterial. Das wollen wir genauer wissen. Bekommt die Selbsthilfegruppe womöglich Geld von Lilly? Auf Anfrage gibt ADHS Deutschland zu, man habe im vergangenen Jahr insgesamt 6.500 Euro erhalten. Die Selbsthilfegruppen sind von der Pharmaindustrie so Mitte der 1980er Jahre entdeckt worden als Marketingagenten. Wenn sie finanziert werden, geben sie den Finanzierern zurück, dass sie für deren Produkte werben. Und auf diese Weise wurde die Selbsthilfe von der Pharmaindustrie korrumpiert. Selbsthilfegruppen als verlängerte Arm der Pharmaindustrie? Selbsthilfegruppen als verlängerte Arm der Pharmaindustrie? Wir schauen uns noch einmal die Internetseite von ADHS Deutschland an. Im Vorstand ist der Kinderarzt Klaus Grotzki. Hier als Dozent bei einer Fortbildung für angehende Kinder- und Jugendärzte in Frankfurt. Von den schweren Stratera-Nebenwirkungen erfahren die Zuhörer nichts. Nur von Appetitlosigkeit ist die Rede. Wir fragen den Kinderarzt, warum er das Selbstmordrisiko bei Stratera unerwähnt lässt. Es hat Suizidgedanken gegeben, es hat einzelne Fälle gegeben, die sind aber von der Höhe und von der Häufigkeit überhaupt nicht relevant. Wir fragen nach. Bekommt er Geld vom Stratera-Hersteller Lilly? Ich habe für die Arbeiten gemacht, das heißt Vortrag gehalten und bin im Advisory Board bei der Firma. Das heißt, ich berate mit. Aber sind Sie dann noch unabhängig? Das glaube ich schon. Ich bin bei allen anderen Firmen auch im Advisory Board, weil die natürlich Leute suchen, die auf dem Gebiet arbeiten. Unabhängige Mediziner halten solche Kollegen für unglaubwürdig. Wenn Sie Kontakte zur pharmazeutischen Industrie haben, werden diese Kontakte zwangsläufig dazu führen, dass Ihre Meinung und Ihr Urteil geprägt ist. Sie haben einen Interessenkonflikt und Sie wären für mich als Kollege keine glaubwürdigen Informanten über diese neuen Arzneimittel. Solche Experten sind das, was wir in unserem Slang als Mietmäuler bezeichnen. Sie reden das, was Ihnen vorgesetzt wird, nicht um den Patienten oder die Ärzte zu informieren, sondern um Ihnen Fehlinformationen blumenreich zu vermitteln. Auf dem milliardenschweren Pillenmarkt werde mit unlauteren und kriminellen Methoden gearbeitet. Die Pharmaindustrie habe ein Netz der Korruption gespannt, sagen Kritiker und Fahnder. München. Razzien. Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchen die Büros verschiedener Pharmafirmen. Der Verdacht? Bestechung von tausenden Klinikärzten. In den vergangenen Jahren wurden allein in Bayern 14.500 Strafverfahren eingeleitet. Die meisten werden eingestellt. Doch nur wenige Beschuldigte landen vor Gericht. Die Pharma-Manager kommen in aller Regel ungeschoren davon. Klagt ein Fahnder. Die Pharmaindustrie kann ganz entspannt den Ermittlungsbehörden, den Polizeien, den Staatsanwaltschaften, den Gerichten entgegensehen. Weil es hat noch keine Verurteilung in Deutschland gegeben, die auf Bestech und Bestechlichkeit im beschäftigen Verkehr, auf Korruption durch die Pharmaindustrie zurückzuführen ist, die auch eine Abschreibung darbieten könnte. Also die Pharmaindustrie kann in Deutschland eigentlich machen, was sie will. Seit Jahren kämpft der Korruptionsspezialist Uwe Dollater gegen die Machenschaften der Pharmaindustrie. Sein Fazit nach langer Ermittlungsarbeit? Wenn man sich die Methoden betrachtet, mit denen die Pharmaindustrie die Entscheidungsträger unter Druck setzt, so gehören die eigentlich in die mafiösen Strukturen. Mit rüden Methoden geht die Pharmaindustrie gegen Kritiker vor. Wissen auch prominente Betroffene zu berichten. Ich habe erlebt, dass aus dem verschlossenen Hotelzimmer, aus meiner Aktentasche Unterlagen, die für die Pharmaindustrie von Interesse waren, verschwunden sind. Als wir bemerkt hatten, dass da Leute uns nachspionierten, habe ich den Staatsschutz eingeschaltet, weil ich zu der Zeit politischer Beamter war. Und der hat das dann abgestellt. Und dann habe ich gelernt, dass in dieser Industrie es üblich ist, Gegner auszukundschaften, um was zu finden, mit dem man Druck ausüben kann. Druck und Drohungen hat auch Dr. Leonard Hansen erfahren. Er ist Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein und will die Arzneimittelkosten senken. Er verpflichtet seine Ärzte dazu, bei gleicher Qualität das jeweils kostengünstigere Präparat zu verschreiben. Für die Pharmaindustrie eine Kampfansage. Die Drohungen beinhalteten eben Sätze wie, wir machen sie platt oder wir klagen sie im Grund und Boden. Und es war für mich dann schon erschreckend, manchmal zu erleben, wie einzelne Vorstände dieser Firmen wirklich jegliche Contenance verloren haben und einem Unverhohlen gedroht haben. Und auch Mitarbeiter gesagt haben, pass auf, dass nicht mal irgendwann ein Reifen vom Auto auf der Autobahn fliegt. Und also da war schon richtiggehend Angst im Spiel. Politiker versuchen seit langem die Arzneimittelkosten zu senken. Auch Horst Seehofer in seiner Amtszeit als Gesundheitsminister. Er wollte die sogenannte Positivliste einführen. Nur noch wirksame Medikamente und Wirkstoffe sollten von den Kassen bezahlt werden. Der Pharmabranche drohten Milliardenverluste. Seehofer bekam deren Macht zu spüren. Viele Unternehmen wollten auf Seehofers Liste. Es kann nicht so sein, dass eine Positivliste danach bestellt wird, wer die stärkste Lobby hat. Sondern sie muss nach wissenschaftlich sauberen Kriterien gemacht werden. Und dies war in überschaubarer Zeit nicht möglich. Und deshalb haben wir sie dann beerdigt. Übrigens jede Folgeregierung auch. Heißt das denn, dass die Lobby wirklich so stark war dann, die Pharma-Lobby gegen die Politik, und sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja, das ist so. Seit 30 Jahren. Bis zur Stunde. Ein lauer Spätsommerabend in Berlin. Der Verband forschender Arzneimittelhersteller hat die Mitarbeiter der Ministerien und Bundestagsabgeordneten zu einer abendlichen Bootstour eingeladen. Vier Stunden ganz vertraulich. Man will unter sich sein, um die bis heute so erfolgreiche Lobbyarbeit fortzusetzen. Kosten der Vergnügungsfahrt? Geschätzte 30.000 Euro. Diese Nähe sollte gar nicht vorhanden sein, die mittlerweile da ist. Es ist ein Geben und Nehmen, ein Kommen und Gehen zwischen Politikern, Ministerialbeamten und Pharmaindustrievertretern. Und das kann einfach nicht sein, weil in einer Familie, wenn man das also zur Cosa Nostra, zur eigenen Sache alles macht, dann natürlich dementsprechend die Kontrollen wegfallen. Cornelia Iser, hier recht zu sehen, hat zu diesem Abend eingeladen. Heute ist sie die mächtigste Pharma-Lobbyistin. Ihre Karriere begann aber in der Politik. Vormals war sie parlamentarische Staatssekretärin der CDU. Jetzt ist sie Hauptgeschäftsführerin des Verbandes der forschenden Arzneimittelhersteller. Auch andere wechselten die Seiten. Andrea Fischer, ehemalige Gesundheitsministerin im rot-grünen Kabinett, arbeitet jetzt in einer PR-Agentur als Pharma-Lobbyistin. Peter Schmidt, vormals gesundheitspolitischer Referent der SPD-Bundestagsfraktion, wechselte als Geschäftsführer zu ProGenerica, einem Zusammenschluss von Pharmafirmen. Hermann Hoffmann, vormals Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, macht jetzt Kommunikation für den Pharma-Giganten Sandoz. Horst Teltschick, einst Berater von Bundeskanzler Helmut Kohl, ist heute Mitglied im Verwaltungsrat des Pharma-Riesen Roche. Politik und Pharmaindustrie, geben und nehmen, kommen und gehen, hegen und pflegen. Dabei lässt man sich nicht gern stören. Wer ihnen zu nahe kommt, kriegt Ärger, so auch wir. Als wir unsere Aufnahmen machen, kommt Polizei, alarmiert von den Bootsausflüglern. Wir sollen abbrechen. Die Polizei nimmt unsere Personalien auf. Die traute Runde aus Pharmaindustrie und Politik macht weiter. Die Polizei nimmt unsere Kapitel wieder hin. Jahrhundert Der Kompeten Green Vielen Dank.